Ich bin im Netto in Darmstadt. Ich mach'm Tequila immer ein. Tequila. Yo, was geht ab? Wir sitzen im gepanzerten Bensa. Kriegen von Groupies ein Ständer. Gucken aus dem Fenster wie die Queen. Sehen ein paar Obdachlose, die sich mit Pfandflaschen etwas dazu verdienen. Jetzt geht's ab. Wir sind in der Stadt, machen alle platt. Mafiosi-Outfit wie Carlo Colucci. Jetzt geht's ab. Ich bin Robert De Niro, mach alle platt. Das ist mein Chef. Das ist der Boss. Ich versteck mich beim Bankraub unter seiner Jacke. Ich versteck mich beim Bankraub unter seiner Jacke. Doch die Bullen finden uns nicht, denn wir haben uns versteckt. Vor allem Herrn S. Zuhause. Jetzt geht's ab. Das ist die Stadt. Das ist der Shit. Gefallen und geschnickelt. Bewerbungsgespräch. Doch scheißegal. Wir kriegen trotzdem unser Pilz. Yeah, yeah, yeah. Pilzator. Was geht ab? Ja, mach mal Pizza jetzt. Wir sind hier. Mit der Sonnenbrille unser Revier. Wir chillen ab mit der Bomberjacke. Am Schlosskramfest rauchen wir unseren Shit weg. Ich mach mich aus Gold. Ich sag nur einen Spruch und der war zu viel. Der war zu viel. Der war zu viel. Der war zu viel, denn das ist real. Ich mach kein Marketing, sondern fang bald an Finanzdienstleistungen zu machen. Jetzt geht's ab. Das ist unsere Stadt. Das ist eine Verbrauch. Die ist die Durchfallfreude. So. Machen wir noch einen Rap, pass auf. Der Killa ist halt Rettungskunst. Früher hatte ich viele Strafanzeigen, doch heute fang ich ab. Finanzdienstleistungen gehen für mich die anderen schwarz-arbeiten. Jetzt geht's ab. Das ist meine Chance. Von unten Hartz IV bis hoch zum dicken Revier mit der Villa, mit der Yacht in San Tropez und Monte Carlo. Das ist die Macht. Das ist mein Homie. Gängste Jens auf YouTube. Like die Scheiße. Like die Scheiße. 100.000 Klicks, meine Freunde. So, das war's. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren. Unheimlich Spender, ne?